Herzlich Willkommen liebe Sportsfreunde! Ich bin gegen einen Fels gerannt zu einem neuen Video auf dem Vibecoach-Media-Kanal mit dem Tetzel und dem Dennis Kulkus. Wir sind in Baden-Baden. Ich bin frisch zurück vom Wettkampf, habe mich gerade so langsam wieder erholt und heute sind wir so ein bisschen nach dem Motto hier, wir gucken mal was passiert. Der Dennis hat so ein paar nette Vorschläge gemacht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, meine Lappen flattern im Wind, ich habe so ein bisschen Sand noch überall. Also wir werden jetzt erst mal seinen Finger flippen. Also ich werde ihn jetzt mal flippen, denn ich habe ja ganz erfolgreich einen solchen beim letzten Wettkampf geflippt. Ist ein bisschen was anderes und dann gucken wir mal was wir noch machen. Also habt einfach Spaß, ein bisschen ein chaotisches Video. Ich soll euch explizit darauf hinweisen, dass wir heute nicht im Partner-Suppenlook sind, sondern unterschiedliche Hosen anhaben. Ich trage die grauen und der Tetzel hat die blauen. Also er hatte die hier auch noch nie an, weil das ist meine. Unterwäsche haben wir kurz vorher getauscht. Ja, das ist für die Stärke. Genau. Und was ich noch sagen wollte ist, Tetzel, also zum letzten Wettkampf, Hut ab. Dankeschön. Zum ersten Platz. Also ich habe mir das auch alles angeguckt. Alles super von der Leistung. Was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, ist, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Vielleicht schneiden wir das weg. Nein, nein, nein. Ich habe extra gewartet, bis die Kamera läuft. Ich habe das Loading gesehen. Du bist super mit dem Schild gelaufen, mit dem Tresoren, alles. Aber der Gang zurück. Ja. Da habe ich gedacht, das ist ein Oger auf Nahrungssuche. Jetzt wollte ich dich fragen, du hast ja auch ein bisschen zugenommen mit deinen 130 Kilo. Würdest du sagen, es ist ein bisschen, es hat sich etwas verändert zum Schritt, zur Geschwindigkeit, oder sagen wir so, kehrt die Gemütlichkeit ein beim Gang? Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Es war wirklich so, dass ich bei diesem, speziell bei dem Loading Race, ich bin ja, sagen wir mal, zurück schon flott gelaufen. Aber ich bin mit Absicht nicht jetzt auf volle Pulle gesprintet. Das muss ich sagen, das war ganz bedacht, weil ich mich nicht so overpacen wollte. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt, die Herzfrequenz geht sowieso unglaublich hoch. Und wenn ich jetzt zwischendurch nochmal so einen richtigen Sprint mache, und nochmal wirklich das Herz bis in den Hals schlagen lasse, dann komme ich gar nicht mehr richtig klar. Und ich habe das bei einigen gesehen, speziell mein Gegner. Der war ja die ganze Zeit vor mir. Und dann plötzlich war komplett sein System zu, auf der Hälfte mit der Ankerkette. Und genau sowas wollte ich halt nicht, dass es mir passiert. Okay, also so dieses Haushalten. War so ein bisschen Haushalten, muss ich sagen. Ja, es war ja schon die zweite Laufdisziplin. Und zum Schluss war ich ja auch zum Beispiel beim Finger dann der Einzige, der tatsächlich sich ein bisschen beeilt hat, hinter dem Finger hinterher zu kommen. Okay. Auch wenn ich da jetzt nicht riesig gerannt bin. Das muss man dazu sagen. Ja, das war schon mit bedacht. Ich habe mir schon gedacht, entweder du Haushalt ist, weil wenn man dieses 190 Kilo Schild hat und dann anschließend diesen Tresor, weil der Tresor ist ja noch mehr aus dem Schwerpunkt draußen, wenn du dann halt mit einer schlechten Lunge hinten ankommst, dann verrechst du. Ja, und was wir heute machen ist, da der Herr Tetzel ja den Finger in Litauen sogar gewonnen hat, mit drei Flips, gucken wir heute mal meinen Finger, also auch so ein 200 Kilo Monster. Der Kameramann steht schon drauf. Und dann gucken wir mal, der Finger ist leicht lädiert, kann sein, dass ihr hier Mord und Totschlag erlebt, aber Tetzel hat sich beschwert, bei uns ist es ein bisschen kälter als Schwenk. Ja, ich komme gerade aus dem Raum heilborden, der war in 8 Grad und hier ist es gerade so eingelagt. Ja, dann würden wir es einfach machen. Jetzt probieren wir mal, wir probieren es einfach mal. Kamera, man bleibt, bleibt drauf. Also du müsstest jetzt vielleicht rund, lieber Marcel, ich weiß nicht, ne? Ja, ja, ich überlege, ob ich den genauso aufnehme, wie da, dass ich den so seitlich lege. Ich empfehle es dir. Ja, auf den Solarplexen. So, ein bisschen nach hinten gelehnt, dann greifst du hier um und dann, ja. Ja, und die Seite. Ja, du musst auf die Schulter. Genau. Und raus dann. Komm, komm, weiter. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das geht schon, komm. Komm. Super, 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 super. Super. Ja, der war schwer. Was würdest du uns sagen im Vergleich zu... Bisschen länger. Bisschen länger? Bisschen länger. Anders schwer. Ja. Weil der Schwerpunkt vom Hammer war ja hinter einem von Anfang an. Aber, ja, mindestens genauso schwer. Ich bin jetzt nicht groß, aufgewärmt, kein Gürtel um, aber ist so schwer. Man muss schon sehr nah ran auch. Und das sieht man ja. Ich habe jetzt gesehen, du hast auch die Hände extrem weit auseinander gehabt. Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass ich ihn so irgendwie besser stabilisieren kann. Vielleicht auch trügerisch. Wenn du so hebst, ist die eine Hand halt höher. Wenn du halt so bist, bist du nach vorne. Das ist ähnlich. Ich sage immer, es ist ähnlich wie ein Truck-Pull, weil du musst dich mit dem Körper voll reinlegen. Denkst du, sowas auf Wiederholungen zu machen, macht Sinn? Heute? Ja. Ich habe doch jetzt eine. Marcel soll einfach alles zusammenschneiden. Wir haben ja heute auch noch einen Gast. Einen speziellen Gast, den werden wir auch gleich noch damit quälen, dass er das versuchen darf. Ich bin überrascht, dass er gehalten hat. War gut, oder? Aber hier, Leute, ne? Also, wenn ihr einen Zipper wollt, der viel mitmacht. Der God's Rage, den Strongman-Zipper. Den haben wir jetzt schon bei verschiedenen Videodrehs angehabt. Der hat schon Steine gemacht. Der hat jetzt den Finger abgelegt. Alles top. Bin sehr zufrieden. Kriegt ihr über den Link in der Bio. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Dragon Slayer, Gott 10, dies, das, Ananas. Meinst du, dass der Pascal denn einfach so macht? Wollen wir mal rufen? Pascal! Er sagt ja. Ich habe ja jetzt auch einen neuen Modus. Habe ich so auf den Fotos festgestellt. Auf jeden Fall den Hamster-Modus. Den Hamster-Modus. Der Pulli, der Pulli-Style. So. So. Teach me. Das ist eine Vorrichtung namens Fingals Finger. Das ist ein 220 Kilo schwerer Stahlträger. Und du musst den aufnehmen, umsetzen. Und dann reinlaufen. Dann drückst du ihn raus, wie ein Überkopfdrücken. Ja. Mit gestreckten Armen. Und dann arbeitest du dich rein, bis du ihn flippen kannst. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Ja. Na dann. Der erste Zug, so hoch wie es geht. So, komm. Ja. Hallo, Fuß. Geh näher ran, geh näher ran, dass du dir wirklich hinlegen kannst. Nicht mit Schwung drauf, also mit Schwung hoch, aber dann den Bauch drunter legen. Tut dir nicht weh, nicht zu sehr. Ein bisschen wehtun ist okay. Aber schon besser. Hast du schon mal Apollons Achse gemacht? Nee. Pass auf. Bitte, pass auf. Das System folgt. Du ziehst. Jetzt gehen wir mal davon aus, du ziehst die Stange und legst sie dir hier oben drauf. Bei vielen Athleten passiert es, dass die Hantel wieder runterrutscht. Dann fangen sie an, aus den Armen zu arbeiten, weil das ist ja instinktiv, weil du mit deinem Arm an der Stange befestigt bist. Nie mit deinem Arm arbeiten. Du ziehst. Pupp. Guck mal auf die Beine. Pupp. Pupp. Und wenn er dann hier ist. Eins, zwei. Und dann wieder Beine. Pupp. Zack. Oder so. Okay. Ich versuche. Nein, es gibt keine Versuche. Es gibt keine Versuche. David, du kannst das auch lernen. Ja. Super, hör mal. Lauf jetzt. Lauf unter. Lauf unter. Geil. Arme lang. Reifen. Lass die Arme lang. Lass die Arme lang. Mach die ganz kurz. Ganz kurz. Komm. Wenn es nicht mehr geht, sag. Okay, ich bin da. Lass mal. Leg ihn den Reifen hin. Leg ihn den Reifen hin. Ich bin da. Alles gut. Okay. Leute. Während er Luft holt. Der Pascal hat gerade ein 710er Total in seinem ersten Powerlifting Wettkampf gemacht. Ja, ich bin noch ein bisschen. Natural. Vor zwei Tagen. Okay. Also eigentlich ist er doch komplett durch. Er hat heute aber auch schon wieder 260 gehoben jetzt vorher. Ja. Also. Ich wollte jetzt 280 waren. Dann habe ich auch so seine 300 drauf gemacht. Sie ging ein bisschen an und dachte mir so, hey fuck, warum sind die so schwer? Das haben wir jetzt gerade gar nicht mitgekriegt. Ja, okay. Also der Kerl ist einfach ein bisschen irre. Und von daher war das jetzt so ein bisschen überraschend für ihn, dass er mitmachen musste. Aber ihr kennt ihn von Strength Wars. Ihr kennt ihn auch schon aus dem Video von mir. Könnt ihr mal reinschauen. Macht auf Instagram mal Stories. Die sind ein bisschen mehr Sugar. Macht Spaß. Von was hast du Angst? Ja, dass wenn ich jetzt den Finger hochdrücke, dass man meinen Bauch sieht, so. Tetzel, geh weg. Schickt mal bitte, schickt mal bitte ein bisschen Liebe. Eins Liebe, eins Bauch. Geh weg, ich muss jetzt das leben. Wenn er mit Bauch, denn... Komm jetzt! Jo. Oh, schön. Ja, leicht bist du. Cool. Schieb ihn durch, schieb ihn durch. Ja, man sieht, sehr geübt, sehr gut. Du musst. Hat er fein gemacht. Es ist immer so, diese Athleten, die gehen dann zu weit. Wenn du wirklich zu weit gehst, dann hast du verloren. Beim nächsten Mal vor dem Wettkampf übe ich es mit dir. Diesmal hat es auch so geklappt. Nee, ist gut. War okay. Also, das ist schon ein schwerer Finger. Vielleicht machen wir nächstes Jahr einen Wettkampf und dann kommt der da dran. Man muss dazu sagen, das ist eine Disziplin, die wir in Deutschland nie machen. Ja, der Heinz Ollisch, liebe Grüße, hat immer ein bisschen Angst, dass die Verletzungsgefahr hoch ist. Normalerweise muss man auch sagen, so wie wir es machen, ist es nicht zum Nachmachen geeignet. Denn, ihr habt es gesehen, ich habe mich mal Pascal dahinter gestellt. Dadurch, dass ich etwas größer bin, konnte ich ihn gut abfangen. Normalerweise stellt man den Wagen dahinter, damit, falls der Athlet eben keine Kraft mehr hat, der Finger nicht komplett auf ihn fällt. Es ist eine Übung, die ein gewisses Risiko birgt. Aber Leute, wir machen als Strongman und kein Zykonschwimmen. Es gehört dazu, ja, man muss es nicht unnötig übertreiben. Darum bitte, falls ihr irgendwie euch sowas baut, sowas macht, geht mit ein bisschen Bedacht dran. Schaut, dass ihr euch absichert, dass ihr jemanden da habt, der euch auch helfen kann. Ganz wichtiger Punkt. Ja, oder halt einfach, wenn es zusammenbricht, halt alles heben. Stark genug sein hat auch oft geholfen schon, ja. Er kriegt nicht genug, der Rottweiler hat sich festgebissen. Sehr schön. Sehr schön. Geh ein bisschen rein, gehen ein bisschen rein. Richtig auf die Reife. Runterweifen, runtergreifen. Genau. Und schwungvoll raus. Schwungvoll. Okay. Stehst du? Komm, lauf rein. Hand für ab, Hand für ab. Lass die Hände zusammen, lass die Hände zusammen. Okay, weg. Weg. Ist heute nichts. Zweimal reicht auch nach einem Wettkampf. ZN ist es noch durch. Es liegt nicht an der Kraft bei ihm. Also Leute, ihr seht, das ist eine große Herausforderung. Aber heute nicht. Beruhige dich. Nächstes Mal mit Gürtel. Ja, dass ich ein bisschen mehr stabiler bin. Wetter anfangen. Also es wird noch schwer. Je weiter durch nach vorne kommst du, umso schwerer es jetzt schon. Was glaubst du, wie viel Gewicht wirkt da ungefähr drauf, ab diesem Punkt. Aber wenn du es jetzt anhebst, was wird das haben? Hat das angefühlt wie 140, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Kann schon sein. Vielleicht ein bisschen weniger. Problem ist halt, je mehr Material hinter dir ist. Ja, ja. Drück dir einfach. Boah. Ich glaube, das ist halt gleiche Material. Mit. Du nimmst den Stone und setzt ihn um. Variante 1 oder du setzt ihn dir auf den Oberschenkel. Du hast jetzt Variante 2 genommen und den Oberschenkelsatz. Wenn du ihn auf den Oberschenkel setzt, greifen viele Athleten nach und greifen dann logischerweise weiter um den Stein. Das heißt, wenn du dann den Stein nach oben bringst und bewegst ihn nach oben, geht die linke Hand, geht die unter den Stone und die rechte bleibt hier. Okay. Und dann blockierst du dich. Das heißt, wenn du den Stein hochziehst, musst du auf halbem Weg kurz aufmachen, nachfassen und ihn dann komplett hoch schieben. Okay. Weil Ziel ist es, eine Hand... So zu stellen und... Genau. Eine Hand wegzumachen. Stone. Und das Faszinierende, jedem, der mich es beibringen, der die Kraft hat, diesen Stein zu bewegen und ihn zu schultern, kapiert es erst so nach dem 8., 9. oder 10. Mal, dass er kurz... Siehst du, was er macht? Hast du das gesehen? Nein, ich habe es richtig gesehen. Mach das gut nochmal. Der lässt den Stein kurz auf. Ja, okay. Der lässt es kurz locker. Nein, ich habe noch vor, bitte. Guck dir das mal an. Hetzel, bitte. Ich schmeiße ihn, ja. Geh mir jetzt mal davon aus, du nimmst jetzt den Stone und wirfst ihn hoch und du fängst ihn nicht. Fällt dir runter. Ist nichts kaputt gegangen. Ich will nur, dass dein Kopf die Angst verliert, ihn kurz loszulassen. Okay? Soll ich es mit erst dann auf die Knie ablegen oder in einem Zug hoch? Nein. Nein, das heißt, wenn du dich nach unten bückst, gehst du gedanklich mit dem Solarplexus schon mal an den Stein ran. Das heißt, du hebst den Stone nie mit langen Armen, sondern immer leicht mit Klingern, dass der Bizeps schon aktiviert ist. Und dann gehst du hier an die Kugel ran. Okay. Dann ist es sehr gut, die in einem durchzumachen. Ich mache die immer in zwei eigentlich. So richtig der Lingo-Tänzer. Gut? War schon gut. Das heißt, du hast ihn jetzt gerade nach oben geführt. Ich will, dass du ihn ein bisschen nach hinten reinführst. Zieh ihn nicht rein. Und lass ihn über die Schulter rollen. Geh ein bisschen nach hinten. Wenn du dich rein lehnst und so ein bisschen lehnst, zieh es nämlich rein. Machst den Bauch fest. Aber machst nur... Und rollst ihn hoch. Also schaffst du Druck auf die Zehenspitzen. Keine Angst. Also dynamisch bist du gut. Jetzt brauchst du halt auch die Kontrolle, dass du den richtigen Punkt hast. Wenn ich jetzt so hin stelle, gerade neben mir und versuchst jetzt einfach nach hinten zu klacken. Wenn du ihn hochziehst, gehst du mit dem Druck auf die Zehenspitzen. Wie so ein Limbo-Tänzer. Und dann rollst du ihn einfach drüber. Und wie kann ich dann entstehen, weil ich... Dann richtest du dich auf. Also wenn du so viel Wucht aufbringst, dass der Stein hinten und durch die Wand fliegt, dann bist du gut. Weil wenn du dann das hast, dann hast du die Angst verloren. Dann können wir es dann... Schlag mich. Mach mal so. Schlag mich einfach. Joppa. Von Rudi. Genau. Joppa. Ah. Das war's schon. Ah. Schön. Geht doch. So. Nummer 30er. Atlas-Stein. Überkopftrück. Mal gucken. Tetzel. Überkopftrück. Ganz großartig. Den schwersten, was du überkopftrückst hast, ich glaube. 113. 113. Ja. Strict. Ob du es jetzt strict machst oder so, ist mir scheißig. Komm. Das geht schon. Push. Oh. Jetzt ist aber der Kopf rot, du. Guckt euch mal das rote Käpfelchen an. Hashtag menschliche Tomate. Uh. Jungfreudig. Mal stehe ich weg von der Kamera. So ist gut. Und ich hab zur Schau alles fertig. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und ich hab zur Schau alles fertig. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das war super. Ah. Show me how the end is. Wird Zeit. Wird Zeit. Wird Zeit. Up the trainer. Boom. Up the trainer. So was sagen wir nicht auf meinem Pläne. Up the trainer. Und ich geh weg hier. Und ich geh weg hier. Aus. 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 Ja, wir haben den Finkelfinger nicht weggeräumt, aber er schlängelt sich mit seinem immens großen Teil am Finger vorbei. Ja, sieht gut aus. Komm, greife um, verdammte Scheiße! Huh! Ui, ey! Ui, ey! Was ist das für ein Schädel, Alter? Ja, irgendwann wird es halt schwarz. Ey, 160er ohne Harz habe ich noch nie gemacht. Jetzt schon. So, Sportsfreunde, das war ein kleines Video mit dem lieben Dennis Kohlruss. Ihr könnt seinen Channel abonnieren, also irgendwo in irgendeiner Ecke taucht das auf, zum Ende des Videos, in der Autokarte. Wir haben ein bisschen Finkelfinger gemacht, wir haben ein bisschen mit Steinen rumgespielt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Also hier mit sehr viel Material, ich glaube, da kommt ein bisschen was von weg. Aber waren auch ein paar gute Tipps dabei. Und ihr schaltet einfach wieder ein beim nächsten Video auf dem Kanal. Und bei der von Dennis Kohlruss. Bewirrt dein Code. Oder auch gerne auf meinem Channel. Alles weitere findet ihr in der Beschreibung. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Instagram. Das freut uns immer sehr, wenn wir da Feedback bekommen. Ja, dankeschön. Großes Fest, gesundes neues Jahr wünsche ich euch an dieser Stelle, was auch immer gefeiert. Und dann sehen wir uns spätestens im Jahr 2019 mit dem Dragon Slayer Mode. 특ig ihr WORST! AR washes Design Vielen Dank.